Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 26.08.2021 und unser DAX hat jetzt zum Vortag hier mit den Seifenblasen gespielt und zum Mittwoch die erste, vielleicht, da kommen wir, die erste kaputt gemacht, in slow motion, das ist, ja, man hätte auch fast das Bild noch rauszücken können mit dem schreienden Kind hier, was sein Essen verweigert, denn er wollte einfach oben die 29, also, da haben wir ihm nun schon bullige Chartlager quasi nahegelegt und gesagt, er hatte durchaus das Potenzial rauszugehen, wenn er denn einfach nur diese 9,20 oben platt macht, ne, 9,20, 9,20, 9,40, da sollte er drüber, um bullige Bilder zu bestätigen oder eben unter 8,50 zurückfallen, so letztendlich die Analyse von gestern, wenn wir jetzt mal so reingucken, dann sehen wir zwar, dass wir jetzt hier per Schluss die 8,44 bekommen haben, was knapp 108,50 ist, aber das reicht natürlich noch nicht, ja, also da muss er jetzt dranbleiben, da muss er jetzt dranbleiben, bleibt er da jetzt dran und kann da zum Donnerstag Anschluss halten, dann sind unter 8,50 definitiv 87, die nächste Station und wenn die nicht halten, geht es bis 6,70 weiter, das ist alles auch Donnerstag schon möglich und, muss man ja so klar sagen, auch das Potenzial dann dort eben entsprechend hier Richtung Rote Linie mal zu scheuern, halt, ne, also zum Donnerstag, Donnerstag schlagen ganz gerne mal richtig aus und da würde ich auch den Mittwoch und den Dienstag ein bisschen ausklammern, was die Volatilität angeht, nur weil da wenig passiert, das heißt das nicht, dass zum Donnerstag jetzt ultra wenig passieren muss, also der kann auch aus der Kalten durchstatten, wir haben nach wie vor eine super Woche, um Strecke zu machen, also ich finde es nach wie vor so ein bisschen ungewöhnlich, was der DAX macht, wenn ich den jetzt so sehe, wie wir ihn jetzt vor Augen haben, würde ich sogar sagen, das größte Risiko liegt eigentlich oben, wenn der über 9,20 rausgeht, weil dort kann er auch richtig Strecke machen und, ähm, ähm, und kann dort richtig Strecke machen, Punkt, aus, ja, weil wir haben jetzt hier schöne drei Auflagepunkte auf diesem Abwärtstrend, eigentlich schon den vierten, fünften und das ist für den DAX schon eher ungewöhnlich, wir haben unten diese, diese ABC, die eigentlich so ausgebrochen wurde, also der hätte schon keine schlechten Karten über 9,20, aber ich würde halt auch gerne erst über der 9,20 dann mehr Long Position suchen und in die Übertreibung rein, dann durchaus in die Übertreibung rein, kann man, kann man auch probieren, dann noch was mitzunehmen, ähm, hätte ich gar nicht den Schmerz mit, wenn er das, wenn er das reißt, wenn er da drüber sticht halt, ne, also, wenn der ja früh eine fette grüne Kerze da rausbollert, äh, gerade wenn der jetzt hier nach so, so einem Abnipper hier zum Abend jetzt hier, wenn er da früh bei 900 steht, was glaubt ihr, da hängt ja hier, das Schwein hängt da schon Short drin, ne, da geht die ganzen Privaten, die gehen alle Short dagegen und das, das wäre genau das Überraschungsmomentum, was er dann ausspielen könnte und deswegen würde ich nach wie vor, da habe ich relativ harte Kanter, über 9,20, über 9,40 ist für mich bullischer Vorteil, starker bullischer Vorteil, ähm, Breakout halt, ne, also Ausbruch und Ausbruch kann knallen, Ausbruch kann richtig zünden, definitiv, aber auch unten finde ich den super interessant und deswegen sagt man ja seit Tag enden hier, ne, unter 800, unter 8,50, über 800, über 900, 9,20, ähm, entsprechend oben raus die Chancen, unten raus die Chancen besetzt, spielte die ganze Zeit nur dazwischen sich aus halt, ne, und, 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 und präsentiert uns noch nicht so richtig, was er eigentlich kann, ne, ist ja noch so ein bisschen so der schüchterne Junge, aber eigentlich muss sich der Dax nicht verstecken, das muss er nicht, braucht, braucht nicht schüchterne Junge zu spielen, er kann auch weiter, also gerne wieder Arschlochmodus spielen, ähm, wir, wir kennen unseren Dax hier im Arschlochmodus, wir wissen, wie er, wie er arbeitet, wie er tickt und wie er denkt, und, ähm, da lässt sich dann auch mal was holen, ne, viele, die haben immer Probleme, so in Dax zu handeln, die sagen immer, boah, der macht so viele Fehlsignale, aber, ja, wenn man sich drauf einlässt und sagt, naja, gut, kalkulier halt das eine oder andere Fehlsignal an der einen oder anderen Stelle mit ein, dann, ähm, macht das schon ein bisschen Spaß im Dax, aber so wenig Bewegung wie jetzt hier zum Mittwoch war, war das nicht unbedingt spaßig, ja, auch das zum Dienstag, nicht, ja, das muss man schon sagen, ne, deswegen, ich bin hier gespannt jetzt unter 8,50, weil, ähm, kann er das zum Donnerstag halten und dann schön nach unten losarbeiten, ähm, definitiv kann er die 7,80, 800 und, äh, wenn er da raus hängt, wir hätten schon gerne, also, wir haben, warum nicht gleich 6,70, warum nicht da Richtung rote Linie, also mit rote Linie, für die, die farbenblind sind, das ist hier unten die hier, die hier, die hier lang geschossen kommt, ähm, ähm, um die 75, 55 rumliegt die momentan, ja, also, wenn der, wenn der hier unter, unter 8,20 raus macht, unter 800 raus macht, unter 87, klappt schon ein bisschen Risiko nach unten auf, das ist schon so, und da wir oben fallende Hochs haben und hier ja fallende Tiefs drin haben, würde ich dann auch von dem fallenden Tief ausgehen, also von einem noch tieferen Tief und das könnt ihr dann eben hier drunter setzen und deswegen fände ich die rote Linie eigentlich ganz interessant, auch zum Donnerstag schon erreichbar, definitiv, ja, muss auch nicht unbedingt schon eine Nachricht aus Jackson Hole oder sonst wo kommen, einfach aus dem Muster heraus, was er, stehen hat, weil er hat da oben die 29 halt nicht gekriegt und das ist ja noch wirklich nicht schwer gewesen, also ich, also es fehlt mir auch ein bisschen, ich muss es ganz ehrlich sagen, es fehlt mir ein bisschen schwer nachzuvollziehen, warum er das nicht getan hat, ja, weil ich meine, die Amerikaner, die ballern alle oben raus, selbst der MDAX hat ein neues Allzeithoch gesetzt, schön oben raus, alles oben raus, aber unser DAX, pff, nö, nö, das hat keine Lust, das hat einfach keine Lust, das hat einfach keine Lust, so, und wenn er jetzt oben nicht geliefert hat, wo doch hätte er eigentlich leichtes Spiel gehabt haben, zum Liefern, und er dreht sich jetzt unten ein, dann kann ich mir vorstellen, dass da der ein oder andere vielleicht auch sagt, ach komm, dann scheiß drauf, dann löse ich meine Position im DAX auf und gehe ich lieber in die Amerikaner rein, ne, also so in die Richtung, und, äh, aus dem Punkt würde ich hier ganz einfach sagen, unter 8,50 bleibe ich dabei, unter 8,50 haben wir Tendenz zu 800, zu 87, gehen wir da runter, Richtung Tief-Rust-Tief, also 6,70, 700, das ist dann die nächste Zone unter der 87, und da runter dann tatsächlich hier so der Bereich um, 5,75, 5,50, ja, und ansonsten, auch oben, bleibt alles wie gehabt, kriegen wir einen harten Konter rein, über 9,20, gerne voll, ne, also Donnerstage, die haben durchaus Potenzial zu übertreiben, die kommen auch gerne mal volle Hütte, also volle Möre wieder zurück, ne, was wir aus den letzten Wochen, Monaten kennen, war eher typisch so nach unten reißen, dann richtig hart auskontern und dann volle Bude nach oben ziehen, ähm, würde ich ein bisschen zurückstellen zum Donnerstag jetzt, dafür waren wir jetzt die, den Wochenauftakt zu ruhig, ähm, glaube, jetzt könnte er sich eher wirklich versuchen auszutoben, auszutoben, im Sinne von, man wirklich eine Übertreibung zu stellen, aber natürlich gilt das nach wie vor, was wir jeden Donnerstag sagen, wenn ihr hier unten von 87 beispielsweise, fette, fette grüne Kerzen nach oben antritt, vielleicht erst mal wieder kurz Short reduzieren, ja, vielleicht sogar eine Long-Position probieren, sowas klappt zum Donnerstag in der Regel immer ganz gut, ja, ähm, oben hätte ich ein bisschen Hemmung, muss ich ganz ehrlich sagen, dann auf rote Stundenkerzen da reinzuwuchten, ähm, aber, ja, wäre auch typisch Donnerstag, ja, aber ich würde schon, ich würde ein bisschen das Übertreibungsfenster lassen, wir haben die Verfallswoche hinter uns, ich glaube, da würde ich mein übliches Donnerstag, der kommt bestimmt wieder zurück und schlägt wild hin und her, das würde ich heute mal ein bisschen, also für den Donnerstag ein bisschen ausklammern, jetzt für den, für den jetzigen Handelstag am 26., ähm, weil ich glaube, man kann mit durchziehen, kann die Leute ein bisschen mehr ärgern, äh, er hat, er hat nicht so viel Grund hier irgendwie hin und her zu schlagen und wir gucken mal, wir gucken mal rein und, äh, man wird es ja auch im Tagesverlauf dann sehr gut erkennen können, also, auf H1 arbeite ich ganz gerne am Donnerstag, da erkennt man eigentlich immer in der Regel ziemlich gut, äh, wenn der Bock hat, richtig hart ein Konter zu schlagen, das, das, das sieht man, das sieht man, da muss man einfach bloß die Augen aufmachen, äh, und, ähm, dann erkennt man das, dann erkennt man das, das ist sehr, da spricht man eine sehr, sehr, sehr klare Sprache am Donnerstag auf H1 und dann muss man wirklich bloß ehrlich sein und dann auch wirklich sagen, okay, das, was ich sehe, das handle ich jetzt auch und dann nicht zu viel Hoffnung reinbringen. Ja, aber so wie er jetzt steht, hat er eine gute Vorlage für Übertreibung oben wie unten, ne, weil oben ist natürlich jetzt das Überraschungsmoment, man hat diesen, diesen gewissen Vorlauf, den er jetzt bringen kann, wenn er in die 929 reinrennt, äh, kann er schon zig Shorts aufsammeln, wenn er das früh, gleich schnell macht, dann hat er alle Leute von, von Punkt 9 Uhr, hat er alle Leute Short drin stehen und dann kann er ganz den restlichen Tag nach oben durchblasen, na, also, das wäre, das wäre, das wäre typisch, typisch, ne, aber unten, unten eben entsprechend auch Potenzial, ja, wenn hier die, 780, 780 ist für mich noch so ein kleiner, kann halt auch gut zünden, 780, 800, gute Unterstützung, auch hier die 700 bis 670 ist auch eine gute Unterstützung, um nach oben zu zünden, ähm, aber wie gesagt, ne, wir haben die fallenden Hochs und wir haben fallende Tiefs drin, das heißt, ähm, auch wenn er hier vielleicht hochzündet, kommt er gegebenenfalls vielleicht dann nur bis zu so einer Zwischenstation und dann gibt er halt wieder runter und macht den Rest, na, also da, von daher, ich würde da wirklich ein bisschen Übertreibungsmodus zum Donnerstag einplanen. Also, damit lassen wir das hier, machen, machen hier zu, wir können noch kurz den Tagesshot reingucken, aber der sollte uns jetzt nicht großartig aus dem Konzept bringen, das ist eine rote Kerze bestimmt, ja, ist eine rote Kerze jetzt drin, nach einer Doji-Kerze, sieht ein bisschen nach Popcorn aus, ja, ist jetzt nicht ganz, muss ich ein bisschen da an den Bildschirm ran gucken, aber doch ist eine, ja, und von daher, er hält er jetzt hier auch auf der Unterseite, ja, das ist schon, das, wo oben, das passt alles, ne, also, Faktshot passt hier gut drauf, zu dem, was noch ist, das ist ja sehr klein, aber passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, ähm, jo, 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 ja, also, wenn ihr jetzt hier nach unten arbeitet, mittleres Bollinger Band, das ist dann der, die erste Zone, das ist, deckt sich mit allem, was wir untergeordnet haben, deckt sich mit allem, dann können wir gut hier arbeiten, das passt schon, und, jo, dann wünsche ich euch viel Erfolg zum Donnerstag, gutes Gelingen, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Vielen Dank.